Hallo, Sie interessieren sich für Leben ohne Krankheit. Ich bin Werner Ulrich und im Unternehmen Dr. Ulrich Medizintechnik dafür zuständig, dass Sie mehr Lebensqualität genießen können. Sie werden sich fragen, worin unterscheidet sich unser Angebot von anderen Anbietern im Gesundheitswesen. Da sind zunächst drei Hauptgründe oder drei Hauptpunkte zu nennen. Erstens, wir sind nicht gebunden an Pharmaverträge oder dubiose Leitlinien, bei denen der Patient nur als Mitglied der Studien für die Statistik zu sorgen hat oder als Kassenhonorarbringendes Versicherter zählt. Zweitens, alle unsere angebotenen Lösungen für Ihr Leben ohne Krankheit haben keine oder weitestgehend keine Risiken. Die bei herkömmlichen medizinischen Methoden zu erwartenden Gefahren, Risiken, Folgererkrankungen und Nebenwirkungen bleiben aus und sind nicht zu befürchten. Drittens, und jetzt wird es interessant, die von uns angebotenen Lösungen können Sie selbst und sofort einsetzen und dabei gleich überprüfen. Fremde Helfer sind nicht notwendig, denn deren Interessen unterscheiden sich doch zu sehr von Ihren für Ihr Heil und Ihre Lebensqualität. Ich lade Sie ein. Sehen Sie sich um auf meiner Homepage. Abonnieren Sie den Informationsdienst AgileSmartBasic. Den schnellsten Weg zu mehr Wissen, zu Ihrer Freiheit, für bessere Lebensqualität. Probieren Sie es aus. Ihr Risiko beträgt sage und schreibe maximal 1 Euro. Erfahren Sie, was die Hauptbedrohungen sind gegen Ihre Gesundheit und wie Sie mit welchen Mitteln Sie verlorene Gesundheit wieder gewinnen können. Erfahren Sie, wie Sie Krankheiten besiegen, die noch gar nicht eingetreten sind und wie Sie wiederkehrende Ereignisse schwerer Erkrankungen vermeiden. Erfahren Sie, dass es keine Krankheit gibt, die nicht mit der Ursache mangelhafte sauerstoffversorgender Zellen zusammenhängt und mittels welcher Wege Sie sich davor schützen. Natürlich ohne Risiken, Gefahren, Folgererkrankungen und Nebenwirkungen. Es ist so leicht, wenn man weiß, wie das geht. Hier können Sie das Wissen erfahren. Ich helfe Ihnen dabei. Freuen Sie sich auf Leben ohne Krankheit.